Der Mai ist gekommen. Die Bienen schwärmen aus. Diese Bienenkästen stehen keine 100 Meter weit entfernt von den Brutplätzen der Bienenfresser. Seit zwei Tagen hört man wieder ihr unverkennbares Gezwitscher. Den Bienenfressern bleiben gerade mal drei Monate Zeit vom Ausbrüten bis zum Rückflug mit ihrem Nachwuchs in ihre südafrikanische Heimat. Außer Bienen fressen sie natürlich noch viele andere Insekten.